Hallo liebe Bergfreunde, willkommen zum ersten Video 2023. Heute noch keine Bergtour, aber es wird eine schöne Wanderung im Münchner Umland. Wir sind jetzt hier am Deininger Weiher in der Nähe von Strasslach und wir werden eine kleine Wanderung machen zur Ludwigshöhe, der höchste Punkt im Landkreis München und dann eine schöne Rundwanderung machen und dann werden wir beim Deininger Weiher wieder zurückkommen. Und heute ist der 18. März 2023, Startschuss für das Bergjahr dieses Jahr. Habt viel Spaß bei dem kurzen Video und freut auch viele weitere, die dieses Jahr kommen werden. So, wir haben uns jetzt entschieden bei dem Weiher links hoch zu gehen, so ein bisschen an der Straße entlang zum Ort Kleindeng-Harting und dann muss es links rein gehen und von dort aus ist es nicht mehr weit. Man sieht, es wird Frühling. Ja, hier seht ihr eine schöne Kirche im Kleindeng-Harting. Sehr beschaulicher Ort und hier geht es jetzt weiter zur Ludwigshöhe. Folgt mir! So, hier geht es jetzt ein Stück hoch und hier sieht man jetzt schon die Berge. Boah, was für eine schöne Aussicht hier. Schaut mal! So, hier geht es jetzt! Ich sage hier noch ein paar Impressionen von dem Deininger Weiher. Das ist ein sehr schöner, idyllischer Weiher, wo man auch schwimmen kann. Ganz naturgeschützt, aber schwimmen ist ja auch erlaubt. So, liebe Bergfreunde, kurzes Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Schöne Eindrücke von der Ludwigshöhe, südlich von München. Man muss nicht immer hohe Gipfel erklimmen. Schöne Aussichten zu haben. Aber für heute ist es jetzt gut. Ich gehe jetzt wieder rein und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschau! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.